hallo und herzlich willkommen zurück zu don't starve together mit der xyra und dem bäät und wir haben tag 5 und sind ganz gut dabei warte mal bis die bären ganz groß sind ich weiß nicht ob das mehr bringt oder so aber so sie wachsen ja noch mal deswegen was gerade daran das war eine falsche beschuldigung ich wollte gerade was sagen die basic farm die zweite die bräuchten wir noch mal und dann kann ich damit ja dann brauche ich mal ganz kurz vier gräser ich habe ja hier alles da und du hast doch gold ne ja dann bau doch mal die science machine cut grass brauche ich das mache ich wenn ich jetzt hier das pflücke dann habe ich hat kreis warum hat er jetzt gerade eben die habe ich mich verguckt gerade eben hier sind extra meinen blumen mushrooms was können die blauen kann ich nicht sagen weiß ich nicht mal andere sache ich habe hier so ein paar sachen ja ausgegraben ja wozu brauche ich ein gnome keine ahnung stell ihn hin ist deko oh ich habe eine idee gerade gekriegt ah hier ist wohl was passiert wenn ich echte maustaste aha ein religiöses artefakt achso ich habe keine loks mehr ähm ein paar bäumchen fällen was ist das ähm 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 das wäre nett von dir ja was hast du getan achso nee nix ich kann damit vollkommen so die zweite farm ist äh sehr schön fertig ich laufe mal eben schnell rüber und gucken ob ich noch mal was ausgraben kann es bräuchte drei stücken war ja so klar ähm wie lieb mir meine schwester immer folgt das ist ja toll ach ich brauche flints doch wem habe ich denn vorhin meine ganzen flints gegeben weiß nicht bad hast du einen flint für mich ja habe ich habe ich irgendwo bestimmt äh ich habe einen hasen yay mhm danke so ich brauche jetzt auf jeden fall holz 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 und dann kann ich auch schon mal eine kiste craften äh da bin ich auch gerade bei achso und dann craften wir halt zwei kisten das ähm können wir auch tun ja früher oder später brauchen wir sie sowieso beide also von daher die kiste so so dann kann ich mich erstmal ein bisschen entleeren bitte nicht ja okay dann werde ich mich halt wieder ein bisschen frei machen wenn euch das lieber ist das ist ja gar kein problem auf jeden fall es ist auf jeden fall besser als wenn du mitten jetzt machst halt und so und so naja gut obwohl dann bräuchten wir die movies nicht mehr ne ja das wäre interessant ich denke nur an euch mhm ja klar so hier die baumstumpfe die können wir weg wie sieht denn das aus hier so was haben wir denn da alles drin ich habe schweine gefunden mhm so sehr schön sehr gut also jetzt haben wir keine scheiße ne ähm du hast einen diamanten mhm den kannst du mir schenken äh ne soo achso siehst du ein Hütchen müsste ich mir auch aufbauen oh ein Hütchen so ein Hütchen ähm Razzle Wires kann ich da mitmachen ach Gott schon wieder so spät das ist ja das ist schon wieder so spät ja Zeitrennen obwohl es wird langsam Winter die Tage werden kürzer die Nächte länger ja das stimmt die Spinne rennt vor mir weg ach dieses kleines oh nein na rennt nicht mehr weg nein jetzt habe ich schon zwei Silk sehr gut das ist gut ich sag's dir damit kann man nämlich eine Vogelfalle herstellen und mit den Federn kann man glaube ich nachher Pfeil und Bogen herstellen oder irgendwie ein Blasrohr oder so auf jeden Fall irgendeine Fernkampfwaffe ui toll hm hm ich kann jetzt Hasenohren herstellen wozu das ist halt als Stress gedacht hm ich will Hasenohren ok machen wir langsam auf den Rückweg achso das kann ich gar nicht tragen mit dem Rucksack das ist natürlich jetzt dämlich gewesen oh na gut ich das hier rein so ach komm mal rasieren könnte ich mich eigentlich auch nochmal ne hm so ein paar Barthaare habe ich hier schon die habe ich gefunden von irgendein Fremden ok dann nimmst du aber auch immer alle Haare an ne ja ja das ist das muss ja ne diese alte Sammelleinschaft muss ja sein ne dann wollte ich noch was machen Boards ne ja du wolltest noch eine zweite Kiste machen hm 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 na ach jetzt es passiert nicht was macht man denn mit diesen vertrockneten mit diesen eher vertrockneten Büschen ähm einfach nochmal dümmen mit scheiße ja so ah dann ist dann gehts ja hm hast du das hier schon gedüngt? das war es ja auch dünn äh ja ich weiß noch gerade nicht ob ich da schon was ne gesagt aber ich gesäht hast du noch nicht da unten ne ich bin grad dabei hm 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 oh 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 meint ihr echt die Büsche werden noch größer? also die Beeren? die müssten eigentlich noch größer werden ja warte mal ich sammle einmal Berries na gut es steht da jetzt auch normal Berry also glücken wir die einfach so was passiert denn wenn ich jetzt das blaue Zeug esse? ich weiß es nicht du kannst es natürlich ausprobieren aber hm ist natürlich mit einem gewissen Risiko ich mache es ich mache es essen ja das hat äh auch meine geistige Gesundheit ein bisschen wieder hergestellt na gut hattest du dir nachts gefunden oder tagsüber? tagsüber waren die seit so drinnen ein ähm ich leg mal Stolf Berries hier rein ähm Crunch könntest du nochmal hier dein super Buch lesen damit die alles nochmal für das super Buch brauche ich ähm Papyrus achso kriegen wir ein Papyrus her ich muss vier Cut Reads machen Cut Reads kriege ich wie her? hm 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 ähm Cut Reads muss ich mich ein bisschen umgucken ähm ähm Cut ich habe hier gerade was und probiere jetzt mal aus Cut Reads wie kriege ich die denn her? hm dann lege ich das hier mal mit rein ähm wolltest du nicht eine zweite ja ich bräuchte nur noch ein bisschen Holz ich bin gerade am Holzfarm ja stimmt Holzfarm müsste ich auch nochmal ein bisschen aus meiner Axt hier ich kann eine Fischangel bauen cool mhm wenn ich jetzt die Angel gebaut habe wo ist denn hier? so Pistol wo ist denn jetzt die Küste? ach da oh dann kann ich mein Messer erstmal hier reintun wie wärs denn wenn wir uns hier mal irgendwie sowas wie ja so ne kleine Basis aufbauen so mit Wänden und so warum kann ich denn jetzt nicht mehr fischen? dann wird hier vielleicht auch nicht unbedingt immer Hunde reinkommen ja das können wir machen aber wie gesagt dazu brauchen wir wieder ganz 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 viel Holz ja gut denn ähm ich ich geh mal sammeln und dann wie kann ich denn jetzt fischen? ich fühl mich betrogen und belogen oh 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 this make bunny cry ok ist denn da auf dem Schild was drauf? hast du jetzt ein Schild hergestellt? ja aus Versehen ich will wechsel es nur mit der Kiste ok weil Sign und Chest so ähnlich aussieht hör auf zu mobben hör auf zu mobben ich kenn das ja anders ok so was wollte ich denn jetzt noch machen? hm ich dung hab ich hier noch ich kann ja auch mal in die Kiste schmeißen hm aber die Kiste da ist voll achso du hast eine zweite schon hergestellt ok oh bevor ich es vergesse die hier ausgraben ähm Schweine ich mach hier mit rein ja ist alles gar nicht einfach hier ne? eine Vogelfalle könnte ich bauen mal ne? äh das könntest du tun ja ach dafür bräuch ich bestimmt wieder Spinnenweben ne? aber ich glaube die hat Crunch schon gefunden na bin ähm ein Seil und und Seil hatte ich doch hier irgendwo gesehen Seile hab ich schon in die Kiste gelegt ah ok gut dann müsste ich jetzt nur noch mal so einen blöden Flintstone haben das ist von ach ne warte da oben ist ein Stein metzel dich dem mal nieder mach das so äh ich weiß nicht kümmerst du dich denn um die Wände oder? ähm ja ich bin jetzt erstmal ganz kräftig am Holzfarm und gleich ein kleines Wäldchen nochmal neu anpflanzen damit uns das Holz hier nicht ausgeht so mhm mhm ich will ja nicht ganz so weit weg machen mach ich das hier oben hier oben ist ein abgefackelter Baum ähm äh okay damit hast du natürlich nichts zu tun nein 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 hattest du hier nicht irgendwo Spinnen gesehen gehabt? ich hatte es im Wald rechts von den Feldern Wald rechts von den Feldern ja rechts von den Feldern also wenn du rechts von unseren Lager immer weiter nach rechts gehst kommst du irgendwann dann drauf zu achso hier nochmal ausgeraben schnell oh wird es echt schon wieder dunkel ich werd weich mhm na gut ist es ja noch Dämmerung hast du ja noch ein bisschen Zeit ansonsten kannst du ja auch mal eine Nacht auswärts schlafen wir sind dir nicht böse mhm hier allein im Lager ach ne du fuck jetzt ist er jetzt nicht mehr ab okay gut dann nee das tue ich nicht das ist okay dann ist es okay sooo pop 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 oh ich sollte mich beeilen wieso bist du doch hier nee ich meine war ich sonst gleich verhunger achso äh hast du gesehen ne ich hab Beeren in die ja die hab ich schon genommen achso so den Kürbis kann ich auch nochmal kochen so dann kann ich schon mal für die Wände was brauche ich denn da Woodwall ganz viele Holzbretter dann kann ich davon ja schon mal ganz viele herstellen bietet sich jetzt in der Nacht ja an wie jetzt mehr kann ich nicht herstellen ich hatte 20 Loks und da kriege ich nur 5 Bretter raus ja 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 das ist ja ein bisschen ähm und so ne Zähne falls jemand welche Hände keine mehr hat äh okay so ich brauche für das Buch Papyrus Samen und Kacke so Papyrus Stonewall was was kann es sein dass ich nichts bauen kann doch hm guck mal ist das nicht toll stonewall das wird uns alles irgendwann schützen das wird uns alles irgendwann schützen werdet mir noch danken wenn es fertig ist falls es jemals fertig wird ne gar nicht wir scheinen Sommer zu kriegen ne äh hab ich auch gerade gedacht irgendwie scheint die Dämmerung zumindest kürzer zu werden also der Tag scheint auf jeden Fall länger zu werden mhm ich meine das wäre natürlich sehr schön sehr wünschenswert so geh ich mal auf Spinnjagd äh ja ich geh dann mal wieder wo ist denn meine Axt meine Axt schon wieder kaputt? kann ja gar nicht sein so ich geh dann mal wieder Bäume fällen mach das tu was du nicht lassen kannst oder wir tun uns mal mit drei Mann zusammen und versuchen so einen Muli zu töten gehen die anderen Mulis nicht auch auf uns drauf wenn die ähm ich glaube ja das wäre doof das wäre ziemlich ungünstig ja aber gibt bestimmt viel Fleisch das bestimmt allemal aber leiden wir Hungersnot? nö das nur nicht gerade die Fienis wo seid ihr? hier unten So, ich hab hier noch einen blauen Pilz. Ich grab ihn mal aus. Wer möchte, ne, kann sich denn gerne bedienen. Da oben ist noch eins. Äh, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, wir haben PvP an. Ja, eigentlich müsste PvP aber auch sein. Ja, sicher. Ja. Ich kann ihn durch die Bäume nicht treffen. Hm. Keine Spinnnetze? So sieben Silke hab ich. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil ansonsten geh ich nämlich gleich drauf. Ja, ich bin auch ein bisschen verletzt. Das wäre nicht gut. Wir haben noch keine Wilson-Statue. Echt mal. Oh, hier sind grüne Mushrooms. Sehr gut. Die brauche ich ganz dringend, ey. Geht's dir so schlecht? Das ging mir doch mal schon deutlich besser. Was ist das denn? Da denn? Was ist das denn? Der ist freundlich. Der ist nicht freundlich. Der ist nicht freundlich. Nein, sicherlich nicht. Der hüpft auf uns zu. Ah, ein Hund! Ein Hund! Ein Hund! Ein Hund! 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 Mist! Und... Achso, okay. Meine Triller ist ja da, aber... Ab zurück zum Nager. Und meine Achse ist auch schon wieder kaputt. Und irgendwie... Ah, Hund! Ja, noch ein Hund. Ja, noch ein Hund. Oh, der hat mich aber hart getroffen gerade. Ja, und das ist jetzt nämlich schlecht, weil... Weil Wendy, die schlägt nämlich nur ganz schwach zu. Mhm... Obwohl ich glaub, wir haben die Hunde... Au! Okay, aber er ist tot. Meine Abigail und ich, wir haben es geschafft. Oh! Ah, der ist schnell! Der ist schnell, ne? Hui! Wie mutig, wir das sind. Und das alles nur, um Spinnennetze zu finden. Ich jag den Hund mal in den Muli rein. Mal gucken, was passiert. Irgendwie scheint er nicht mehr zu folgen. Ich scheine auch jetzt relativ safe zu sein. Puh, ey. Ja, ich muss mich unbedingt drum kümmern, dass ich dieses andere Ding da baue. Diese Puppe. Ja. Huch, dann haben wir mal Lager vorbeigelaufen. Ja, scheint so. So, ähm. Haben wir noch was davon? Oh, ja. Noch ganz viel Scheiße. Das ist ja gut. Stores Termils for Travel. Termils Stone kann ich bauen. So ein Hitzestein. Geilo. Okay, ähm. Ich baue jetzt nochmal eine dritte Kiste. Das heißt, mir bleibt immer warm. Ja, wer sagt, und der blaue Stein, das ist ein Kältestein. Irgendwo was stand da. Haben wir noch probieren oder so? Aber was genau das alles ist, äh, würde ich sagen, erfahren wir in der nächsten Folge. Genau, es ist schon wieder soweit. Wir sind in der nächsten Folge schon wieder. Ja. Das ist ja unglaublich. Oh doch. Schlimm. Das ist so. Ja, nicht schlimm. Nimm das endlich so hin. Ja. Alles klar. Wenn es euch gefallen hat, schreibt was in die Kommentare, gebt noch hoch, schaut auch natürlich auf die anderen Kanäle. Definitiv. Ich verlinke meine immer in der Beschreibung, das heißt, sie sind auch da immer zu sehen. Ja, das mache ich auch. Dann, äh, bis später. Tschüss. Tschüss. Tschüss.